...fans zu erobern, dass bei diesen Fans ein paar mehr Frauen sind als Männer. Ich glaube, das stört so was von überhaupt gar nicht. Er ist der Paganini des neuen Jahrtausends und im Guinness Buch der Rekorde ist er aufgeführt als der schnellste Geiger der Welt. Und heute ist er bei uns. Herzlich willkommen, David Garrett. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Das war's für heute. 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 Das war's für heute, das war's für heute. 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 Das war's für heute.